hallo und herzlich willkommen hier auf einfach tommy und clan bautermann lp wir spielen green hell und in der letzten folge hatten wir hier in der höhle ein kleines techtel mächtel mit den werten herrschaften von nebenan und dann ging es dann wohl auch irgendwie weiter und dann haben wir haben hier dieses techtel mächtel bravourös haben uns geschlagen ja ganz männlich und sind dann runter gegangen wo wir jetzt glaube ich am besten wieder lang gehen und sind da nein genau dann bin ich dann kläglich an eingeborenen die irgendwie dann zu viele für mich waren ich habe mehrere headshots verteilt das weiß ich noch als waren ja es waren es waren es waren anderthalb eingeborene gegen die du keine chance hattest genau so und ich musste dich dann retten kommen aber ich kam leider ein bisschen zu spät ja und du hast die guten kerle halt nicht gesehen und ich hatte sie nicht gesehen richtig der fehler muss gemobst ja der fehler wenn du mein eingeborenen nicht sie ist muss ich muss ich ja die nüsse mobs mit auf die nüsse gibt ja das heißt wir sind jetzt sind wir an dem letzten save point gestartet den ich irgendwie hatte genau wir sind irgendwie raus per alter 4 dann einfach raus weil die weil die weil die ja weil das irgendwie so ein bisschen doof gewesen wäre alles naja lange rede kurzer sinn hier war die klapperschlange lange rede kurzer sind alles kacke ich hatte noch die ich hatte die klapperschlange erwischt stimmt genau dich hatte bei dem kampf die klapperschlange erwischt ich habe sogar gesehen wie sie zugebissen hat das war animiert da war ich ganz fasziniert von ach gott das müssen die dann ja auch gemacht haben dass sie alle raubtiere so animiert haben dass man sich aneinander zugucken kann wie der kumpel sozusagen angefallen wird von der schlange von dem puma von einem was weiß ich nicht was nasenbär hier habe ich wichtig siehst du sie die ist ja auch nicht immer im gleichen ort und der kampf war ja auch nicht hier hörst du hier aber ich sehe keine schlange schon wieder eingeboren nicht da sind ich höre schon wieder dinge wahnsinn ich habe ich habe schon wieder komplett vergessen wie anstrengend diese tonkulisse hier dazu sagen wir haben jetzt gute zwei wochen nicht gespielt wir haben nicht produziert und wir werden auch heute wieder produzieren und wir werden das gleich mal schon vorab schon mal ankündigen die folgen werden mühkürzer weil wir den den regelmäßiger die folgen hochladen wollen nämlich dreimal pro woche anstatt nur zweimal pro woche und deswegen werden wir uns auf 20 minuten ein panel ungefähr das kann aber passieren dass man ein bisschen drüber schlagen wird zeit vergessen aber so im grunde und in aller regel werden wir uns auf 20 minuten ein pendeln ja das klingt doch wie ein plan ich denke auch ich denke auch dann habt ihr dreimal die woche was von uns zwei dicken männern und und wir können ein bisschen besser uns irgendwie auf eventuelle updates vorbereiten ich würde vorschlagen wir gehen zu dem zu dem hafen zurück ja weil es ist schon 16 17 uhr es wird gleich dunkel und da haben wir zwei betten zum schlafen und einfach auch so ein bisschen ressourcen haben wir da noch umliegen sehr sehr gut ich habe mir einen kaffee bereitgestellt ich habe irgendwie auch vorhin zum mittagessen viel zu viel gegessen ein bisschen schluck auf ich bin bitte dies zu entschuldigen und auch am audio setting ein bisschen umgedreht ich müsste jetzt dann beim beim club ein bisschen feinfühliger mit meiner stimme daher hat daher kommen also da gerne noch mal ein feedback geben falls es da probleme gehen so geben sollte wir benutzen zwei unterschiedliche setups da kann es manchmal passieren dass da mal ein bisschen was sich verschiebt oder so besonders nach windows updates habe ich mal festgestellt okay das siehst du denn okay du bist ein vogeljahr das finde ich schon mal gut ich habe drei pfeile dafür gebraucht total peinlich keine ahnung aufgenommen ich habe ich habe den video beweis der tut hier nichts kann man die kann man sogar schießen wenn man es kann das habe ich davon dass ich mir so einen gefährten angelacht habe hier ja siehst du mal im dschungel kannst du dir nix aussuchen dann nimmst du das was du kriegst das ist wahr so wer so sagt ist noch lange nicht fertig wir haben in den letzten folgen und so ein bisschen drauf eingeschossen dass wir so auf dieser kleinen insel da noch mal ein bisschen rangehen und ich muss ganz kurz die ja ich muss mal ganz kurz stoppen pass mal auf mein arsch auf ich muss okay das sagt also statt zurück ins wasser zu gehen da könnte ich deutlich besser auf seinen arsch aufpassen so ich brauche ein paar proteine ansonsten bin ich tuffi ja amazon liefert auch im dschungel amazon liefert auch im dschungel das ist cool ich hätte gerne neuer angst das ist mega cool ja exe sind geradeaus tatsächlich heute muss ich muss mich gerade darauf konzentrieren nicht zu sterben wieso ich habe mich gerade ein bisschen beeilt und ich bin wir haben viel werden sehr viel in der letzten zeit gemacht wir sind viel laufen gegangen und so mich meine 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 beine fühlen sich aktuell an wie wie wackel pudding die regel sind wieder da ich habe immer zwei regel gemobst so stockklinge autorücksitz was fehlt in meinem mannequin noch nix ich werde mein feuerchen anschmeißen ja mach gern mal ich habe hier gerade ein gürteltier liegt feuerchen jetzt muss ich jetzt muss ich selber gerade mal gucken wir haben wir denn sie haben wir den feuerchen gemacht ich nehme den handbohrer am besten beziehungsweise kraftig jetzt erst mal was ich habe das gehört das ist auch gehört noch habe ich hier nichts gehört es raschelt hier irgendwie gut raschen raschen alleine ist noch nicht gefährlich ja aber ich bin ja so ein bisschen paranoid auch dann ist es nicht gefährlich macht doch machte feuer an vielleicht wasser postbote man weiß es nicht war auch sehr spannend den ganzen tag bist du da und kaum ist immer fünf minuten nicht da klingelt ja was ich lustig finde dass das es jetzt ja keine ausrede mehr gibt so nach dem motto kunde wurde zu hause nicht angetroffen oder zumindest ist diese ausrede wesentlich gefährlicher geworden dass dir dein kunde mit nackten hintern ins gesicht springt und sagt hallo ich bin hier in corona chaos natürlich war ich da ja es ist immer sehr spannend ja ist okay ich meine die armen schweine die wir jetzt am samstag um die uhrzeit noch aus ausfahren müssen ich habe auch überhaupt keinen haddel mit den mit den leuten aber mit der firma die müssen das hinkriegen dass ihre leute so bezahlen und so schulen und so den job so attraktiv machen dass die das was die firma verspricht tun nämlich sehr unwahrscheinlich dass das immer so ja und dann haben sie jetzt habe ich jetzt habe ich vergessen was ich brauche stopp tommy du machst gerade ein feuer an einer stelle an der der erste regen ist wieder ausmacht ja und nur ist nur fahren alter hier drüben ist eine viel bessere feuerstelle dachte dass es zu spät habe ich bin ich bin ich muss ich muss mich tatsächlich wieder immer muss man immer auf sich denken kann immer machte alles falsch jetzt hast du gleich ein zerschmetterling aber da drüben habe ich das vorher schon mal vorbereitet du kannst es da gerne übernehmen und weitermachen ja dankeschön was war das ist ein ding kaputt gegangen so eigentlich nicht das trockene blatt nehme ich mal ich muss was kraften und zwar krafte ich ein bisschen und mannüsse stimmt ich hab noch so viel fett gehabt sagt man den frosch sammeln und kann ich mir trotzdem mit gleichen so einem ding zu tun so langer feuerasche trockenes bilder gibt es man vorher oder nicht mecker mecker trocken trockenes blatt benutzen ich benutze mein dingens wieder hin zu der trockenes links das klingt alles so falsche benützten dingens so ich mein trockenes blut weggeworfen benutzen ich benutze wie viel feiler hast du noch 2 benutzt und benutzt du den bogen natürlich benutze ich den bogen was hast du denn gedacht ja weiß ich nicht ich werde mir auch gleich noch ein paar noch ein paar ach na sag schon ich weiß nicht was du meinst pfeile kraften dankeschön so dass sie eingefallen ja der kaffee hat man gebraucht und damit er durch die damit er durch die venen in dein gehirn geraten ist ja ja genau genau ich habe noch ein feuerbrett am start das lege ich mal irgendwo hin ich glaube dass wenn ich jetzt nicht so regelmäßig brauchen hat mich jetzt tatsächlich dann vielleicht schon so ein dingens mich schon mal hingelegt irgendwo ich habe nur zwei zwei rüstungen dahin gelegt dann lege ich mal ein feuerbrett mit dahin und besorge jetzt mal ein bisschen wasser für die für die wir haben wir haben doch sauberes wasser hier in den in den geschahlen haben wir doch sauberes wasser aus dem dann habe ich ein bisschen was ein bisschen was am start was aber das kannst du doch daraus schöpfen mit dem bidon dann kannst du mit dem bidon hingehen und kannst das dass das wasser aus der schildkröte ja warum damit man fleisch garen kann dann packe ich dann mal jetzt meine schaden wieder hin damit ich uns nämlich ein süppchen kochen kann ich habe nämlich leckere maden am start nein wenn der ist noch kein madensüppchen tommy wir haben doch leckere fleisch da das wird doch schlecht die maden werden ja aber die maden doch auch die maden werden nicht schlecht natürlich wenn die maden schlecht ich mache gleich mein eigenes feuer immer mit dem dicken man denn so schlecht kochen kann hätte ich nicht irgendwie mit einer hübschen frau die gut kochen kann also das ist jetzt nicht sexistisch gemeint sondern rein mitleidserheischend ich wäre lieber mit der mia im dschungel gestrandet obwohl sie hat er die hat er im tutorial immer ihren männer losgeschickt zum kochen und zum feuermachen und so ich wollte mich gerade sagen ja also mir weiß nicht unbedingt die vorzeige die vorzeige hausfrau selbst ist der mann ok so wenn wir uns etwas was was kann ich mit den leeren dosen machen kann ich dann kochen wir können uns irgendwann wenn wir uns entscheiden wo unser zentrales lager sein soll können wir uns mit lehm oder an dem lager das wir schon haben können wir mit lehm einen einen brennofen bauen in dem man metall schmelzen kann und da ich das letztes mal nicht geschafft habe irgendwie das metall zu ernten könnte man da die dosen dann einschmelzen ja 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 so ich werde mal noch ein bisschen wasser abkochen beziehungsweise mein bidon wie das dinge heißt den du gerade an den schildkröten völlig kostenlos aufladen kannst weil es regnet klammer auf klammer zu ja niemand mag sachen aber ich mache jetzt endlich fleisch kochen weil ich fleischhunger habe fleisches lust sozusagen fleisch ist lust und bevor du es riskierst dass ich nachher über dich her falle oder mir so ein gürtelt hier schnappe gibt es lieber was zu essen na dann hau rein es breit schon fruchtfleisch reicht mir nicht alle kriegt ja kriegt der frosch erstmal auf die fresse muss er dann gemacht ja die quark ach so ich dachte was schlimm ist das ist was schlimm ist so riesen kröten kröten krötenfleisch den fisch den du vorhin vom feuer runter genommen hast da ist es wieder einen platz für frei geworden ja ich habe auch noch ein bisschen fleisch hingelegt weil ich habe mir von dir fleisch gemobst von daher brauche ich mal schnell was halte mal so ein bisschen die stellung gerade ich gucke mal gerade dass ich mal ein paar pfeile hergestellt bekomme dafür müsst ihr wahrscheinlich gleich noch mal so ein arer irgendwie umnatzen ich habe nämlich nur noch neun federn das ist ein bisschen wenig so und ich brauche ja für die wie viele pfeile hätten gerne weil ich bin ich gerade am pfeile bauen was brauche ich muss noch mal kurz noch mal nachfragen was brauche ich denn für pfeile ein ein stock und zwei federn genau ein stock als einen kleinen stock und zwei federn da kriegst du einen pfeil raus naja ja ist okay ich meine wenn wir jetzt gerade in der leerphase und im leerlauf kann ich mir jetzt schnell geschwind ein paar pfeile herstellen das ist ja okay ich würde dann gleich noch mal zusehen dass ich irgendwie noch mal so zwei drei aras mir irgendwie schnappe weil ich habe nämlich noch genug energie und noch genug elan und bin aktuell gesättigt was kann ich aus dem pfeil noch machen kann ich den pfeil vergiften oder einen brandpfeil draus machen das habe ich noch nicht hingekriegt du kannst einen anderen pfeil herstellen der eine metallspitze hat aber dafür brauchen wir wieder die metall verarbeitung bevor das klappt das ist natürlich so auch sehr spannend wenn ich im dschungel bin das erste woran ich denke an die metall verarbeitung zu erforschen ja das feuer wäre frei für dein fleisch ich komme dass du noch irgendwo im rucksack hast tatsächlich gerade gar nichts habe ich werde mir ein süppchen kochen ich werde mir ein süppchen kochen oder zwei süppchen kochen denn ich habe hier nämlich leckere maden und lafen eher die grafen nämlich ihnen knackig und außen außen knackig und innen schön weich also wer darauf nicht steht keine ahnung dann weiß ich weißt du wer darauf steht die fische meinst du man kann man kann irgendwie man kann irgendwann angehen ja natürlich wenn du eine angebaust kann sagen gehen ich muss ihn noch mal kurz mit mit feiern bogen üben damit ich für einen kampf gewappnet bin ich gehe mal gerade ein stück wirst glaube ich kann aber finden die sind nicht nachtaktiv für gewöhnt für gewöhnlich sind aus nicht nachtaktiv dann hau ich mich jetzt hin was du den Frosch jetzt aus einer Mitte Entfernung erschossen zweimal treffend nicht nämlich kurz eine Feile sicher ist sicher so jetzt ist es mit lustig vielleicht fülle ich mein bidon gerade mal wieder auf hast du knochennadeln dabei oder gräten weil wenn nicht könnte ich dir ein paar gräten geben geben ich habe keine gräten dabei dann lieber tommy gipfein acht was ich dir hier auf die schräge drauflegen oder ans ans kopfende der schräge ich hoffe sie fallen nicht durch die sehen so filigran aus meinst du meinst du dich oder die oder die die frage beantwortet sich von selber oder so falls du dir ein wurm einfängst kannst du die damit ich mache mich bereit weil ich am morgen früh aras jagen muss dann komme ich mit ins bett also in mein eigenes ja dann geht die nacht schneller rum und vielleicht sollten wir hier auch noch mal speichern das finde ich gut so wollen wir neben dem aras jagen einfach noch mal rüber gehen ich mache hier erstmal ein bisschen cola aufs feuer und dann lege ich hier die tierkacke mal ab ich guck mal gerade wie bin ich denn aufgestellt ich bin tatsächlich sehr gut aufgestellt aktuell noch vom essen her ich auch mir fehlt ein bisschen wasser und ein bisschen kohlydrater fett habe ich ja ist okay ich bin eigentlich soweit 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 fit was denn das soll vorkommen so was sagt denn unsere falle sind da ist der fall jetzt vorbeigegangen liegt jetzt im wasser wieso komme ich jetzt an diesen fisch nicht ran weil der tommy drauf guckt guck weg jeder steht in verwendung ich habe ihn jetzt auch die gold hast du gerade die goldung gesagt guck weg ja ich habe einen piranha habe ich aus dem fluss geholt das heißt ist vielleicht doch kein so guter ort um schwimmen zu gehen ja das reicht wenn wir dann einfach mal hier lang gehen und dann rüber zum wasser fahr ich würde vorher noch wird vorher noch speichern und rüber zum wasser fahr meinst auf dieser seite den fluss entlang ja genau einfach weiter mal einfach mal weiter forschen einfach mal weiter gehen und einfach mal gucken wo wir hinkommen also einmal speichern hier wieso liegt denn die knochenrüstung rum weil ich mir eine fault hier nein wie heißt die denn gürtelt hier wenn ich meine gürteltier rüstung gebaut habe und die knochenrüstung jetzt nicht kaputt machen wollte oder so verstehe wenn der piranha fertig gekocht ist können wir gerne aufbrechen gut guck jetzt mal ob ich auch noch was irgendwas zum zum dingsen habe der panja ist in vier sekunden fertig zwei ich bin drei vier soweit regen hört auf ich mache jetzt noch den regel und dann können wir los und die zwei freunde brachen auf in den dschungel oh ja und sie haben so viel getrunken sie müssen überhaupt nicht aufs klo und was suchst du am wie heißt das ding denn am wasserfall nix ich will einfach nur die insel erforschen ok was ist das hier für eine blume keine blume genau das ist eine der keine blumen ja kommt vor so wir haben die krabbe erlegt das alles das war das folgen ziel naja wir haben sie nicht erlegt naja ist egal auf alle fälle bis hierhin viel vielen dank fürs zusehen vielen dank für sie bei seinen nächsten folgen geht es weiter und dann lass uns überraschen was am wasserfall so da ist einer bis zur nächsten des Tschau!